sagt mir nicht draußen noch mal ein schrani beendet echt hat es geschafft sehr gut sehr gut diese gegner hier ich brauche ich brauche mein feuerschwert hier gar kein bock auf die die muss ich schon aus der entfernung wenn die jetzt alle mit dieser flamme machen da habe ich ja gar keinen bock dann mache ich meine flamme die wieder weg ich hoffe warst du schon reingetoren für das siegel warte sein ist um was war das normal ich glaube schon oder rannis turm ach so du meinst ja doch du meinst bei der magierin in ihrem turm einfach nur obchecken das meinst oder ja wohl wie viel ja von den dingern komm schon wo ist der da oben ist ja noch einer wie nervig kam schon noch einmal ja wo sind das alle ich hoffe aber die kleine noch getroffen die liegen und sagen nix und wie weit geht es denn noch ich hätte die andere richtung gehen sollen na und hat er mich trotzdem noch getroffen was mit dem da hinten kann ich den runterschmeißen komm schon fast worden hätten hat einfach alles getroffen boah endlich klang perle geister ok können wir wieder was abgeben ne da geht es nicht und endlich junge war das nervig aber komplett was ist hier da ist nix oder nee ist nix andere seite ich hoffe anderer seite waren ritter ich hoffe die waren die dieses angenehm ich hoffe kein ort der gnade hier nix hier ne wäre eigentlich angesagt hier der gnade oh no boah 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 okay die ritter sind doch nicht so geil wie ich gedacht habe boah 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 Das nice. Oh nein, ich hab keiner. Ich hab nix mehr. Oh, und der nervigste überhaupt. Mit seinen Speer und Zauber. Oh, letzter Trank. Der macht wieder seine Magie. Oh, okay. Oh. Oh. Nicht, dass hier ein Ort der Gnade kommt, ne? Ey, da sieht das aus wie eine Falle wieder. Safe. Irgendwas auf dem Baum? Nee. Oh, zum Glück nicht. Ah, da sind wieder so viele Ritter. Warum ist hier kein Ort der Gnade? Nichts. Ich habe kaum Leben noch. Ein Item ist da, ne? Was ist hier? Hier ist nichts, oder? Ah, hier ist gar nichts. Hm. Könnte ich ja aus der Ferne machen. Ich habe auch kein Mana, nichts für aus der Entfernung zu machen. So am besten, wenn ich... Ah, wenn ich mich anschleiche, habe ich gedacht. Ey, komm, ich nehme das Item mit. Und sage, das war's, oder? Oh nein, der mit Bogen. Oh, hier ist ja noch einer. Okay, das war's, ich glaube, ich habe alles mitgenommen, ne? War da eh nichts mehr da. Ich glaube, da ist eh nichts mehr. Ah, warte doch. In den Turm? Was ist hier? Oh, nein, Sackgasse. Scheiße. Ich bin tot, oder? Ein Hit, ich bin tot. Und hier ist Bogenschütze, Zauberer und alles hinter mir. Und der Bogenschütze ist hier. Okay, der eine Trank, ja. Ah, ich wusste, ich habe es gehört. Okay, ich habe alles, ne? Ich kann eigentlich abhauen. Oh, schnell abhauen. 220... 212.000 Seelen wieder? Boah, wieder Level Up. Das ging ja schnell. Gehe ich jetzt zu dem Boss? Okay, wir gucken, was unten ist und dann könnten wir eigentlich schon, ne? Boah, woher? Wo kam das denn jetzt? Durch, durch, durch die Wand einfach. Oh, hier gibt es noch was, ne? Was ist denn da? Okay, nochmal Level Up und dann... Gucken wir noch, was da ist. Glauben. So, okay. Was ist das? Kleidung, der Reisende. Armschutz der Reisende. Reisende, zeig mal her. Ah, der sieht auch so wie ein zaubermäßiger, oder? Adler. Keine Reisende. Ah, gegen Magie. Magische. Verteidigung und sowas. Geht, sieht nicht so aus. Hier, Wände. Ne. Okay. Ich weiß jetzt nicht oben, ob unten... Oh, warte, hier geht es direkt hoch. Ah, da ist bestimmt die eine Abkürzung, die oben noch war, ne? Boah, ist das schnell wieder. Ja, oder? Ist das die Abkürzung? Ja, das ist die Abkürzung. Stimmt. Und jetzt ist der Drache hier. Ja, und da ist der Typ. Perfekt. Komm, dann machen wir den doch auch. Oder sollen wir den mit der Axt machen? Komm. Wir haben den nicht umsonst aufgelevelt. Du hast eine Asie-Stelle, die ich habe. Ja, glaube ich, hier. Boah. Oh, der. Habe ich mich... Verlangsamt? Hat mich verlangsamt, glaube ich, ne? Oder ist das das Eis, was ich den gemacht habe? Oh, shit. Oh, shit. Das macht Schaden, ne? Das macht richtig gut Schaden, das... Schnee. Oh, shit. Es geht da mal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Whoa. der springt immer trifft mich das noch einfach so und das auch noch das sieht trotzdem so wenig ab irgendwie ich dachte die axe haut richtig rein mann die haut ja gar nicht so rein wie ich gedacht habe da hat er meine meine schwerter viel viel besser rein ah ne schaff ich nicht was ist eigentlich hier boah das ist ja scheiße hier was spammt er das jetzt also der eis auch macht richtig viel schaden aber das hier richtig scheiße die waffe ist nix leider vielleicht wenn ich die auf 25 mache dann vielleicht macht immer das gleiche nein reich konzentration reich grüße ich danke für rate was geht ab wir legen den boss ich hoffe und dann machen wir unsere standard begrüßung nach scheiße naja endlich auf einen stab und noch mehr starb sehr geil ich bin ja gar nicht vorbereitet was habt ihr gezockt hast du wieder call of duty gezockt das hat sich gelohnt das hat sich gelohnt als gut muss weiter nun weiter nein du kann link level naja das das ewige druck an link level habe ich auch gemacht aber reicht langsam also wir machen halt so lange bis bis die stamina leer sind und das war es dann so reich danke für ihr rate ich hoffe ihr habt einen geilen stream ihr wisst bescheid grüße gehen raus hey ich hab irgendwas auf der mütze reich danke für dein rate so für deine musikmusikmusikpause nicht so laut nicht so laut okay so weiter geht's kleine kleine danke für die güße gehen raus redhut was geht bei dir eigentlich was spielen sie immer noch du weißt schon my hero academia ich bin immer noch nicht warm geworden mit my hero academia also was da war aber der schießt soll mal nochmal ein neues game raus bringe ich da obwohl ich muss sagen das neue habe ich noch gar nicht getestet hoppala oha nix da boah endlich oh dunkle schmierstein 9 oh das hat sich ja richtig gelohnt hier ja der grind ja kein fun gerade ne ja klar es ist im endeffekt das gleiche spiel von neu wieder ne oder was wie gesagt leider das teil von my hero academia hat nicht so gepackt schade eigentlich halte ich bock also auf my hero academia spiel hätte ich nichts dagegen aber wie gesagt war leider nicht so meins hä das war's kann ich hier nicht ja komm wir nehmen unser schwert wieder ok die achse ist ok aber zu lame oh wir machen wieder katanas ja ja lang kein katanas mehr gehabt stimmt die habe ich auch aufgelevelt aber nicht komplett ne normalerweise nicht die katanas schon komplett mal auf leveln auf wie viele sind die plus 9 blutige sende ich glaube die sende könnte ich schon auf äh auf 10 hoch leveln glaube ich oder kann ich hier runter überhaupt das sieht aus als könnte ich hier runter ja ich weiß nicht ach scheiße unten sind doch wieder diese ekelhaften gegner ja und die könnte ne könnte ich auch nicht auf 25 sprengen ne ach hier bestimmt ja ja kann ich da hoch darüber ach da ist doch ripp niemals oder schaffe ich ne schaffe ich nicht und hier und hier ne ne keine wand voraus so ja das sieht aus wie hier ne hier so zack was heißt hier glück glück kein glück glück ich wusste es so shit wohin denn jetzt boah hat er schaden gemacht so mit mir rufen war kein bock gleich kommt wieder der eine gegner ne warte oh nein ich hab ich hab gar kein wie viel sehne haben wir acht schon ich hab ja gar kein heal mehr wieso hab ich kein heal mehr hier auch gleich kommen doch die scheiß gegner hier ne kann ich mich teleportieren weg hier wohin äh engelphase wahl war das da ich glaub schon ich muss gucken war das jetzt der wirklich boss boss von dem gebiet hier von dem baum lass mal gucken heiligbaum hier ne das ist nicht das richtige ne gebetstraum abwasserkanal heiligbaum wurzel heiligbaum wurzel bestimmt das ne heiligbaum wurzel ja genau das heißt unten ist ist hier boss das ja da ist boss alles klar oh boss kurz nicht oh sollen wir den noch probieren heute ja doch komm mit 80.000 seelen shit komm krieg ich noch ein level up das wäre gut dann machen wir so einen richtigen versuch mit unserer hier mit unserer waffe vielleicht legen wir den auch oder vielleicht kriegen wir einen guten versuch wäre ja auch okay so ich muss nur gucken wie viel hier von denen habe ich ich warum 11 keine ahnung 33.000 ja ja gut kommen hoppen wir noch paar auf wie sitzt hier die 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 könnten für ein level up 81.000 ja das ist ein level up grind beste so oh noch eher zwei level dann haben wir es ne noch zwei level dann haben wir äh was haben wir denn dann haben wir äh ja stimmt die die den spell den ich haben wollte den feuerball so rein hier was das oh oh das ist ah das habe ich glaube ich auch gesehen let's go ist das aber nicht end boss oder ist das der end end boss oder ist das immer noch so einer der der bosse oh hi lucy nicht hier hin doch wo ist das ja das ist die die äh das äh äh das äh äh ä ä ä ä ä Oder? Die Maske sieht so aus. Das wird jetzt lustig. Hört mir auf. Halt euch an meine Worte. Millenia Blade of Mikkla. Oh. Stronger Boss. Sagen viele. Uff. Oha, oi, 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 oi. Ja. Ja, ja, ja. Boah. Oha, oi, oi. Oha, oi. Oha, oi. Strong. Ja, und das, was? Hat die sich gehealt? Nee. Oha. Oha. Boah. Okay, ich sehe schon. Rippseelen. Die Dame ist böse. Die Dame übertreibt. Was ist da los? Oha, diese... Puh, 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 Puh. Merlenia im QS Klinge. Oh, ich hab mich nicht gebufft. Egal. Erstmal bisschen lernen, was sie so drauf hat. Ey, die... Die triggert man aber zurück, ne? Mit meiner Waffe kann ich die zurückschleudern. Aua. Okay, die geht zurück. Was macht sie jetzt? Aua. Aua. Was war das? Aua, was? Ich bin Melenia. Wie cool. Ey, sag dir das jedes Mal, wenn die mich jetzt killt. Ich bin Melenia. Ja, ja, ist ja gut. Scheiße. Uff. Also, aber, hä? Irgendwie ist sie... Man hat das Gefühl, die ist machbar. Das wäre ja alles. Ja, aber... Die haut schon rein. Muss ich sagen. Boah. Okay. Okay, okay. Ja, Moveset. Keine Ahnung. Manchmal schnell... Äh, vor Ort über die Klinge. Ist ja übelst. Okay, das war gut. Oh. Die kann einpacken? Oh. Die kann einpacken? Oh. Chris, du weißt, was das heißt. Die... Gegner, die die packen, kennst du doch. Oh. Nee. Scheiße. Oh. Das wird aber hart, ne? Das wird aber hart. Das wird aber hart. Wollt ihr mich packen? Wollt ihr mich packen? Ich weiß es nicht. Ich versteh nicht, wieso. Hä? Ich hab ihr doch gerade voll viel Schaden gemacht, oder? Die heilt sich. Wenn die mich trifft, heilt sie sich. Oh, wie scheiße. Ja, die hat... Die heilt sich. Echt jetzt? Man zieht ja voll viel ab, aber wenn die dich einen trifft, dann heilt sie sich. Boah, wie scheiße. Das ist ja ihr... Boah. Ja gut, erstmal... Keine Ahnung. Halbe Stunde lernen, was die drauf hat. Aber wird nicht... Ey. Nee. Ich glaub, die wird immer zwischendurch gemacht. Ein paar Versuche und dann... Immer am Anfang und am Ende des Streams. Weil... Ich weiß nicht. Schon... Schwer? Die hat sich gehealt einfach, ne? Scheißegal, dass ich den Schaden gerade gemacht habe. Das war unnötig einfach. Okay. Okay, so haltet ihr sich nicht, ne? Nur wenn die mich trifft. Okay. Okay, wenigstens da ist gut zu wissen. Oh, wie viel... Oh, wie viel. Einfach voll viel geheilt. Oh, wie viel. Ich bin Melenia, ja, ja, ich bin auch Melenia. Okay, wir versuchen mit der anderen Waffe. Mit unserer anderen Waffe vielleicht, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wir haben ein bisschen Entfernung hier, Entfernungsschaden. Entfernungsschaden, ja, ja, ich meine, Schaden aus Entfernung. Können wir ein bisschen machen. Okay, rein da. So, ich glaube, die weicht das aus, ne, wenn ich das mache. Ja, war klar. Die weicht das einfach aus. Kein Sinn. Meine geile Attack und dann bringt gar nichts. Ah, das triggert sie auch. Mit der Waffe auch, ja. Boah, wie weit. Und ihr sagt, das wird so nervig sein, ne? Ich bin Melenia. Ja, als ob. Nein. Okay, zwei Versuche noch mit dem und dann Katanas noch. Vielleicht Katanas macht Blutungsschaden mehr. Ach, scheiße, ist die schwer. Boah. Boah, dieser Schlitzer, ne? Was mach ich dagegen? Die ist einfach wieder Full Life. Boah. 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 einfach weglaufen ich habe keinen bock und weglaufen dann heilen das macht die wieder ihren schlitzer er der kick erwischt einen auch ne weg hop 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 ich muss mich heilen das hat nichts gebracht alles klar nein was macht man denn bei den schlitzschlitz ich glaube das wird nichts heute ja gut ich habe ja schon vorher gesagt gut dass wir noch so viel zu tun haben die anderen sachen erledigen müssen nicht an dem boss hängen so wie die angelaufen kommt ich dachte die macht jetzt auf ernst komm okay Nein, ich bin gerollt. Ja, ich wollte schon sagen, ich bin doch gerollt. Weg, 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 weg. Ey, Mann, komm. Es kommt so vor, dass man gar keinen Schaden macht, weil die sich heilt. Das ist ja richtig unfair, Mann. Ja, scheiße. Ich finde, sie ist auf einem ganz anderen Level von Bossgegnern. Ja, das ist unnormal. Zu schnell. Zu schnell. Ey, und ich wette, die hat zwei Phasen, ne? Hundertprozentig, Mann. Aber welche Art von zwei Phasen? Hat sie zwei Phasen, die Hälfte des Lebens rastet ihr aus? Oder hat sie zwei Phasen, in denen man die einmal besiegt und dann nachher kann sie noch mal am Auge noch mal wiederbelebt und dann ich glaube, die belebt sich wieder und dann geht's noch mal richtig ab. Ach, schade. Ich dachte, meiner geht durch. Ja, die macht 180 Grad Drehung und sowas. Alles, was sie will. was sie will. Boah, die fliegt einen an, ne? Okay, ich habe aber jetzt ein bisschen verstanden. Ich muss bei dir bleiben. Ich muss direkt nah dran und, okay, noch ein Versuch. Direkt nah dran und draufhauen. Und zu ihr rollen, nicht wegrollen. Ich glaube, wenn die wegrollen, ist auch scheiße. Okay, probieren. Ja klar, ich denke mal, es ist viel einfacher, wenn wir jetzt beschwören würden. Mein Dupe oder so, oder die Schergen. Aber ich will schon jetzt probieren, ohne die Beschwörung. Laufbeck, Laufbeck. Bei dem Schlitzer weiß ich noch nicht, drauf zu rollen oder nicht. Die haut ja immer weiter drauf, dann, ne? Boah, der Fußkick. Der Fußkick einfach dreimal Drehung. Richtig uncool. Ich glaube, nach dem Schlitzer kann ich zuhauen, ne? Ja, nach dem da. Ey, ich bin tot. Ich hatte gar kein Leben mehr. Ich glaube, nach dem Spieß kann ich direkt zuhauen. Okay, jetzt habe ich ihre drei Moves im Kopf. Aber nicht auswendig gelernt. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Aber ich weiß ungefähr, was sie macht. Katanas? Ob die Katanas sie auch zurückhauen? Das wäre jetzt interessant. Zu wissen. Okay, kaum noch. Katanas probieren. So, und zwar. So. Okay, Katanas machen nicht so viel Schaden. Ey, wenn die die Attacke macht, ist sie full life wieder, ne? So ziemlich full life. Oh, Blutung haut rein. Oh, Blutung haut ja richtig rein, ne? Okay, okay. Katanas ist auch nicht schlecht. Mehr Treffer, weniger Treffer lassen. Mehr Treffen, weniger Treffen lassen. Profi-Tab. Mehr Rollen, mehr Angreifen. Ja, mehr gewinnen, willst du mir sagen, ne? Ja. Ey, wie die ausrastet, ne? Was ist denn jetzt los? Ich hab das Gefühl... Ich... Ich hab da... Oder Ultra Ego. Ich hab das Gefühl, wenn die Blutung schaden kriegt, dass die dann richtig ausrastet. Boah. Dann greift die ja nur noch an. Anstrengend. Ein Waifu, hey. Hi, was geht ab? So, let's go. Was macht die? Oh, Heal Nein, nein, bleib weg, bleib weg Nicht so nah Ey, dieser Kick Wie lange muss ich denn warten, bis dieser Kick kommt? Ich glaube, ich muss sehr lange warten Oh, ich habe nicht lange gewartet Ach, scheiße Ein bisschen chillen und hindren Sehr gut Bei mir über uns das gleiche Aber beschwöhn mal deinen Diener Mal schauen, wie gut der abschneidet Halt, stopp Warst du schon in der zweiten Phase? Nee Nee, noch gar nicht Ich bin jetzt am testen, ob mit welcher Waffe am besten klappt Und hier Blutung, ob Ryan kickt Ach ja Aber ob nicht laufen Die laufen jetzt so schnell Aber Blutung war eigentlich ziemlich gut, ne? Oh, daneben, perfekt Boah Ich weiß nicht bei den Schlitzern, was ich machen soll Ja, Blutung hat reingekickt Ganz minimal Was macht sie? Oh, boah, nein, 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 nein Was hat er denn? Nein, 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 nein Ohoow, hey shit Zweite Phase ist crazy, er hat nicht das halbe Leben geschaffen Zweite Phase halbe Leben Wovon reden wir hier? und das nicht nur weil sie halb nackt ist von der anfang deswegen am besten nicht sagen was aber was soll ich denn da machen weg rollen profi tippt nummer zwei ok bei den hand nehmen und rennen ich weiß nicht ob das was bringt oh die wollten mich packen ne ach scheiße ich glaube blutung ist doch nicht so geil irgendwie obwohl man blutung kickt schon gut ich lauf weg ich lauf weg hau ab ok ok komm her jetzt kommt der schlitzer was jetzt was jetzt wohin was soll ich machen im ersten run ja ja das ist mein erster versuch überhaupt habt ihr auch jetzt erst entdeckt dieser war an dieser bad ich weiß nicht ja aber trotzdem katana ist irgendwie besser ne katana ist schneller und blutung haut rein als meine die macht jetzt soll ich dann wirklich laufen wenn die den move macht weg laufen ja die macht jetzt ihren move oder die zurück gesprungen aber doch nicht doch die macht jetzt einen move du kannst ja auch blocken aber denke das hilft nicht ich glaube auch nicht die hilft gar nichts ey die hat extra abgemacht bis ich komme und dann macht die ihren beyblade ich bin doch extra weggelaufen sogar ey nicht mal weglaufen hilft scheiße was können wir machen oh man perfekt komm komm blutung bam bam ja ich wollte gerade geil geil schnell zack zack das war ihre standard move ne der lehmste move oh das hat gekickt oh das hat getroffen nein die macht jetzt ihren move oder die macht jetzt den schlitzer oder komm mach 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 ne macht nicht okay die hat scheiße gilt es ist nichts passiert ich habe einfach nur mein leben verloren der NPC ist nicht dumm wie der Rest der nicht freu ich mich gar nicht wenn ich hier ankomme doch freu dich wird cool ich sage dir es hilft auch nicht dass du gelevelt bist irgendwie habe ich nicht das gefühl jetzt vorher habe ich gedacht ich habe mich überlevelt und so habe ich gar kein gefühl mehr von überlevelung ich habe sehr 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 krasses gefühl ich bin unterlevelt komm her aber daneben auch die mit ihrem kick einfach full heal der hat sich full gehealt durch mich ey die macht 3,4,5,6 sie manchmal ey aber mein katana chris hol dir das katana das ist ja richtig geil hast du gesehen wie viel combo das hat wow hübsch und schnell und sehr viel rot schwert für die dame sonst noch richard ah scheiße was ist warte ein katana zwei schwert okay wir machen mal so zwei schwerter stil äh ein schwerter stil hier zoro zoro drei schwerter stil aber zoro hat schon mal ein schwerter stil gemacht und dann richtig krass das machen wir jetzt krassen ein schwerter stil komm her schlitt 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 fast gestorben direkt ich bin tot ich bin tot ach schlitt schlitt mach drei schwerter stil die hat mit mir fünf schwert stil gemacht scheiße ne komm ich wollte gar nicht so lange hier hängen okay komm ein versuch geht noch okay vielleicht zwei versuche so einmal waffen und ich muss mal katana auf 10 machen und wir probieren gleich mit unseren doch schwert waffe schwere waffe obwohl die blutung ist schon geil ne ich dachte ich bin tot ich bin tot okay das war blödsinn kennt ihr das wenn ihr spielt und dann werdet ihr immer schlechter die ersten versuche waren gut und dann wird es immer schlechter irgendwie ich bekomme weniger lust auf die dame obwohl ich lache bei der trice von dir ah ja 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 lach nur solange du kannst spiel gegen diese mini bosse die da uncool sind so ey ich glaube nicht mal dass leveln bei der bringt ne bei anderen boss habe ich gedacht oh ich mach keinen schaden ja gut dann leveln wir mal kein problem aber hier pf oh eine combo boah ist das heftig das katana ist ja richtig heftig oha zweite phase ich komme die macht jetzt ihren schlitzschlitz ne macht ihr den schlitzschlitz noch nicht ne die macht jetzt ihren schlitzschlitz doch nicht oh oh okay macht sie jetzt den schlitzschlitz ich versuche danach so easy auszuweichen okay eins zwei drei vier vier nein fünf okay 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 fünf sechs sechs angriffe die heilt sich dabei nicht ah dabei hält sie sich weg lauf weg lauf weg lauf weg warum kann ich nicht weglaufen ich hab kein stamina liebe bitte dass ich aufhören sie anzugreifen los besser zwei du schaffst das ja die blutung ist ja richtig gut ne das war ja katana ich muss katana auf level äh katana auf du weißt schon auf zehn bringen ich weiß gar nicht könnte ich vielleicht sogar machen ne ich hab heute doch irgendeinen ultra drachenstein gefunden aber was für ein das war weiß ich gar nicht okay ach schade 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 ach scheiße ey die haut dann ab ne das ist nicht gut so kriege ich meine kombo nicht durch ich muss nach dem angriffen angreifen wenn die am besten wenn die zusticht komm mach den schlitzschlitz komm mach den schlitzschlitz boah okay ich weiß mit deinem game ist aktuell frost und blutung schaden ja ja genau frost auch ne ich hab auf die axt frost gemacht hat unnormal viel schaden gemacht aber blutung noch mehr cheater 4 min 3 selbst leben weg vom boss boss eingreift cheater down ja das ist komplett ist das anstrengend ja gut komm noch ein versuch komm her komm her komm her ich wollte nicht nochmal angreifen komm her komm her komm her komm her mit deinem kick Nein! Boah, der Schlitz! Denk daran, du kannst da was beschwören auch. Aber ob das hilft? Wollen wir zusammen versuchen? Nee, ich mache ja viel YouTube-Aufnahme. Deshalb, ich will das schon schaffen. Bis jetzt habe ich jeden Boss geschafft. Okay, wird vielleicht ein bisschen dauern oder so, aber... Vielleicht machen wir. Ich werde auch jetzt nicht auf Krampf komplett die ganze Zeit versuchen. Wenn ich sehe, geht gar nicht mehr und nervt, dann machen wir wieder weiter. Ich habe noch viele Sachen offen, die wir machen können. Und dann wird zwischendurch am Anfang oder am Ende nochmal versucht. Ach. Hey, das gibt es so nicht. Video, meine Weifel hilft mir, weil er gezwungen ist. Ah, ja, 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 ich weiß schon, warum du dir den Namen geholt hast, ne? Okay. Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch, Jungs, ich muss langsam pennen, morgen arbeiten. Was geht bei euch morgen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt alle frei immer. Was ist da los? Keiner muss arbeiten, nix. So, komm, greif mich an. Nein, ich greif dich an. Naja, die macht ihren Kick. Okay, einmal einer gibt, der war nix. Der war scheiße. Einer gibt noch. Darf am Wochenende, am Wochenende arbeiten. Oh, ja, das ist auch mies. Ich habe überstanden, deswegen aktuell frei. Auch geil, auch. Arbeit um 36. Red Hood, krass. Red Hood, krass. Ja, perfekt. Denkt sich kaum. Cheetah schafft das gleich. Nächster, ja, nächste Folge. Ja, was für. Rufthina, Hilfe. Okay, Stamina mehr. Egal. Nein, Mann. Wir wollen ohne. Ey, wann, wann soll ich denn angreifen? Wann soll ich rollen? Wenn die Schlitz... Gibt's, ähm... Einfach, äh, waifu, meinst du, gibt, äh... Nach vorne rollen, zur Seite rollen, aber kennst du den Trick, oder? Tipp so, an sich. Immer bis zwölf wach, sechs Stunden Schlaf reicht. Ah, okay. Ja, gut, bei mir auch. Ich bin zwölf, dann leg ich mich hin, glaube, gleich schlafen, und dann bin ich am Handy die ganze Zeit, zack, eins, halb zwei, eingeschlafen. Also gar nicht... Geplant ist immer zwölf, aber klappt nicht. Ich denke, ey, die hielt sich da eine Beschwerung in. Ah, kann auch sein, kann auch sein. Boah. Ja, ach. Wenn sie angreifen, rollen, eine Attacke raus, und dann immer wieder, wiederholen. Beim Angriff, aber zurückrollen, oder nach vorne rollen. Uuh. Okay, komm, komm, weiter geht noch. Uuh, nein. Ja gut, mit allen, mit allen meinen anderen Waffen ist es nichts, klappt gar nicht, glaube ich. Meine schweren Waffen, die ich da habe. Ich komme, das ist doch ein Schmerl. Nein. Okay, okay. Ich bin ja hier. Okay, ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ach, das macht die doch extra, Mann Du kannst mich mal Ich muss weglaufen, immer zum Healen Scheiße, das war so gut Und dann komplett verkackt Die macht jetzt die Rolle wieder, ne? Okay, komm Komm, komm, mach die Rolle Nein, die muss nicht mal die Rolle machen, nein Hey, wie die sich Okay, einmal noch Einmal geht, einmal geht noch Chita hat Blut geleckt Ja Es macht schon Bock so Aber es macht trotzdem Bock Du kannst mich an, du kannst mich mal Ich habe jetzt gedacht, ihr macht den normalen Stecher, alter, dann rastet die wieder aus Okay, einer geht noch Okay, der ist ja der letzte Ist ja lächerlich Morgen machen wir was anderes Weil mir ist es so, dass du die Richtung der Attacke rollst Und um auszuweichen, rollst du dir Mit der Attacke wird deine Hitbox erweitert und wirst du getroffen Ja Klar, ich habe auch immer probiert In die Attacken aus Es ist aber trotzdem öfter mal Nicht so einfach Nicht so einfach Boah, die hat sich komplett gehealt, ne Okay Okay Okay, ja Ich habe jetzt gesehen In die Attacke Ja, ja, ja Auf jeden Fall in die Attacke rollen Safe, safe, safe Ich habe jetzt voll gesehen, wo ich rollen musste Das voll der Ultra Instinct jetzt Ich habe genau gesehen, wo ich hinrollen musste Okay Okay Bei der Attacke weiß ich nicht, was ich machen soll Die schlitzt einfach voll oft zu Und Ob ich nach vorne laufen muss oder nach hinten, weiß ich gar nicht Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020